Ihr iPhone bietet Ihnen bequeme Anbindung an die digitale Welt. Sie bleiben in Verbindung mit Familie, Freunden, der ganzen Welt, wo immer Sie auch sind. Warum nicht Ihre digitale Welt in Ihr Fahrzeug integrieren? Apple CarPlay ist eine komfortable Möglichkeit, ausgewählte Apps Ihres kompatiblen iPhones in Ihrem Fahrzeug zu nutzen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Apple CarPlay in Ihrem Infotainment-System aktiviert ist. Tippen Sie auf Einstellungen, gehen Sie dann auf die zweite Seite und tippen Sie auf Apple CarPlay. Überprüfen Sie die Einstellungen. Verbinden Sie nun Ihr iPhone über das von Apple mitgelieferte USB-Kabel mit dem Infotainment-System. Nach dem Verbinden ändert sich das Projection-Symbol auf dem Startbildschirm zu einem Apple CarPlay-Symbol. Tippen Sie darauf. Beachten Sie bei erstmaliger Anwendung die Systemaufforderungen auf Ihrem iPhone, um fortzufahren. Apple CarPlay ermöglicht die Verwendung ausgewählter Apps Ihres iPhones über das Infotainment-System, um Musik abzuspielen, Telefonate zu führen, Nachrichten zu senden, sich zu einem Zielort navigieren zu lassen und vieles mehr. Um Siri zu verwenden, halten Sie die Lenkrad-Taste für Sprachsteuerung gedrückt, bis Sie die Aufforderung zu einem Sprachbefehl hören. Zurück zum Infotainment-System gelangen Sie jederzeit durch Drücken der Taste Home. Wussten Sie, dass Sie ganz unkompliziert zu Apple CarPlay zurückkehren können? Halten Sie einfach die Taste Home gedrückt.